Ah shit Munition So, wo geht jetzt weiter? Wir haben hier draußen lang, oder? Ein Jagd-Trophäe Aus Reflex geschossen Wir haben die dritte Maske Viele müssen hier auch irgendwo rum Ah, schön Kraut Wenn wir das irgendwie Begunnen Also, Kraut und Anheilungen mangelt es uns hier wirklich nicht Im leichten Modus Das ist Nummer 4 Ich glaube nur die Nummer 3 Müssen wir hier irgendwie eine Jagd-Trophäe einsetzen, damit wir da rauskommen Oder was ist jetzt zu tun? Komme ich selbst drauf, oder? Der Ofen können wir nicht bekommen Ich habe eine Idee Wie wir hier rauskommen Das müssen wir nochmal aufschrauben Jetzt haben wir den Tierschädel Und der Tierschädel Der dürfte da unten reinpassen Dann kommen wir wieder raus So, wo sind wir jetzt? Mit der Verzückung Ich möchte einmal wieder in die Haupthalle Und dann raus hier Okay, wir müssen Da, wo wir schon mal waren Im Klavierzimmer Wir müssen hin Ganz ruhig So, wo sind wir da raus? Hier Und mal Ganz ruhig Ist das Schauspiel Ich komme hier mal kurz rein, wenn man speichern, dass ich die Maske habe. Das war das 2 von 4. Das ist tatsächlich das 2 von 4. Verdammt. Ich hatte gedacht, das wäre schon nicht richtig gewesen. Okay, zur dritten müssen wir nochmal in den Hof zurück. Das wird jetzt ein bisschen blöd. Wenn Lady hier ist. Die Tür zum Blick gerade ab. Wir müssen jetzt gleich direkt an ihr vorbei. Ich trete mir den Hof lang. Ach du scheiße, eine Sackgäste. Ich habe Zeit für euch, Leute. Hier war ich drin. Hier gibt es ein Rätsel am Klavier. Ich hoffe, wir haben das jetzt hier Zeit für. Ach, du kannst jetzt mal noten können. Das ist C hier. Ach, du scheiße. Ach, du scheiße. Das war zwei Höher. Ach du kacke. Wollte ich nicht. Okay. Oder so. Oder so. Gut. Ich weiß noch nicht. Bisschen Musik zur Abwechslung. Das ist auch mal schön bei diesem Spiel. Ein Schlüssel. Das sind wohl kennen wir. Damit kommen wir jetzt an mehrere Orte. Ich glaube, hier gab es auch noch mal einen Kornort, wo wir damit lang können. Ach, du häsigisch. Was suchst du hier? Als ob du hier bist. Ich fühle mich die Muster rein. Sekunde. Ich will nicht, dass da wieder nochmal hinlaufen muss. Ich will hier nochmal ganz sicher gehen. Okay. 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 Hier kommen wir nicht durch, hier eine Tür zum Entriegeln, zum Öffnen, hier haben wir aber auf jeden Fall irgendwo noch zuhören Haben wir jetzt da nicht irgendwas gewonnen? Ne, nur den Schlüssel Fürchte, wir müssen nochmal nach draußen Ich muss mal auf die Karte gucken Können wir jetzt wollen wir noch verschlossene Türen? Da haben wir eine beschlossene Türen, da kommen wir nicht raus Das heißt, hier haben wir eh nichts mehr Und da geht es wieder zurück zum Schlafbinder, wo wir gefasselt wurden Ja, sie haben wir noch Ja, sie haben wir noch Ja, sie haben wir noch Ja, wir haben noch eine Tür Hier gab es doch eine Türe, hier nicht. Hier war doch auf jeden Fall noch mal eine Türe, wo man nicht durchkam, das ist eine Sackgasse, das ist fantastisch. Da waren das alle Türen, ich fürchte schon. Wir sind wieder am Beinkelein, das wollten wir nicht. Ich glaube hier sind wir falsch. Ich muss in die Bibliothek kommen, sagt die Komplettlösung, da sehe ich sogar eine Tür, die wir öffnen können. Hier eine Bibliothek, Konzertsaal, okay, okay, okay. Da drüber müssen wir. Fuck, 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 fuck. Wir sind auch bei einer Sackgasse. Wie kommen wir an hier vorbei? In gewisser Weise schon. Ich muss hier irgendwie hier rein locken. Und dann an dir vorbei hier. Ich muss hier nämlich wieder raus. Wo muss ich hin, da rüber muss ich glaube ich hin. Ah, lasst mich in Frieden. Nein, falsch ist, ähm, falsch ist alles. Jetzt glaube ich die Konzertsaal oder? Ja. Ja. Da. Ich muss das mal an. Ich muss die Karte. Ja. Ja. Ich muss das mal an. Die Karte. Ich bin der Karte. Ich bin der Karte. Okay, hier haben wir sie. Oh, das ist blöd. Komm hier rein. Komm ins Licht. Wo bist du denn? Warum? Warum tust du das? Ich habe nicht mehr viele Schuss. Verdammt! Es ist so kalt. Ein Traum! Nur ein Traum! Das ist unkraftisch. Unterziehen. Ich will nicht sterben. Stonmunition. Ich kann versattern. Okay, die Tose haben wir. Halle der Freude. Das geht tot und dank. Ganz genau. Hier haben wir die dritte Maske. Drei von vier. Wo wir die vierte finden. Ich habe keine Ahnung. Atelier. Okay, und was ist hier mit Glocken? Ah, da sehe ich noch eine Glocke. Ach, scheiße. Wo soll man die denn treffen? Lass die fünf Glocken herklingen. Aha. Zwei brennen schon. Drei. Das ist ein Rümmelbildspiel. Aha. Vier. Da spiel ich ohne Komplettlösung gerade. Keine Angst. Ich hätte es ja schon nichts gefunden. In dem Glocken muss hier noch irgendwo sein. Aha. Da habe ich dich. 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 wenn es die vierze Maske Dachboden Ich wusste es Ich bin da hier auf dem Dachboden Entwidrig Ich habe gehört, dass ich in diesem Schilders etwas befinden soll Das man den Dolch der Todesblumen nennt Anscheinend handelt es sich um ein antikes Stück aus dem Mittelalter Das mit einem Gebräuer aus Giften aus allen Ecken des Kontinents überzogen ist Das soll gefertigt worden sein, um Dämonen und Monster zu töten Klingt allerdings faszinierend, aber niemand weiß, wo er ist Hier wahrscheinlich Wie ich raten müsste Hier Oh Scharfschützengewehr Hier Hat es auch Munition Ich muss gegen die Pumpern tauschen Ich will es mal gegen die Pumpern tauschen Ich weiß nicht Ich weiß nicht Das ist besser, als dass die Pumpern Aber wir werden sehen Ich muss gegen die Pumpern tauschen Oh je Ich muss gegen die Pumpern tauschen Ich muss gegen die Pumpern tauschen Oh je Ich hab nur so viel Schuss. Das tun wir mal zu. Ach du Scheiße. Was bist du denn? Kraut, nehm ich gern. Blindmonition, kleine Scharfschützmonition. Aufs Dach sind wir gekommen. Okay, mein Pumglan wieder. Ist dann doch nicht gut. Viel hab ich nicht mehr. Hat keiner, das wär anders. Und deshalb kenne ich die ja schlecht. Geht's rauf. Schieß, Bluton. Einmal Heldung. Okay, Notion können wir gerade noch nicht. Ah, Scharfschützen muss hinzu. Sehr gut. Egal, ich will meinen Pumpkin. Munition. Was haben wir hier? Scharfschützen-Munition. Gut, Kraut bei sich. Interessant. Ah, hier ist die vierte Maske. Jetzt sollte ich hier raus kommen. So, wie komme ich hier runter? Ich muss wieder die Helle zurücknehmen, die Masken ersetzen. Ah, hier ist der Fahrstuhl. Sehr schön. Fahrstuhl funktioniert. Das ist mal was ganz Neues. Da komme ich doch, glaube ich, da komme ich am Anfang raus. Ja, da muss ich erstmal noch den Weg zurückfinden. Um die Helle, aber das dürfte nicht weit sein. Die Pumpkin hilft mir sowieso nichts gegen die Dünne. Geburt! Lauf so schnell du willst! Ich krieg dich schon! Oha! Ich laufe dann mal so schnell ich kann. Ich hoffe, das sind die richtigen Masken, wie ich sie einsetze. So, jetzt ein Masken. Weil du mir stets ein treuer Ku... Und du warst? Jetzt machst du die Station. Konnte ich meinen Service erweitern? Du möchtest etwas kaufen? Kann ich hier etwas aufbessern? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das geht über deine finanziellen Mittel hinaus. Okay, habe ich etwas zu verkaufen? Beachte mich gar nicht. Zwei Doses habe ich zu verkaufen. Nicht zufrieden? Ich finde, das ist ein fairer Preis. Das brauchen wir. Wir schaffen uns eine Monsion herstellen können. Pistolen mit soem kein Thema brauchen. Warte, warte, warte. Vielleicht kann ich mir einen Waffenabdeck kaufen. Kann ich. Aha, Kratzer hier. Das ist. Warte, den Sie in der Verpackung dinheiro verdienen können. In München. Wir hätten Ihre�watze an Nous irgendeine. Jemanden gemeinsam mit vielen Blumenern. ich glaube ich lad mal das hier auf die 2 ich brauche nicht zwei Pistolen das Messer werde ich doch dann schon nochmal gebrauchen das ist das ist das ist das ist Untertitelung des ZDF, 2020